Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wenn ihr Wasserhahn tropft oder die Heizung kalt bleibt, sind Josef und Andreas Nehmer ihre kompetenten Ansprechpartner im Raum München. Fachkundige Beratung, präzise Ausführung und hohe Termintreue. Der Teamgeist des Vater-Sohn-Duos spiegelt sich in der Mentalität und Qualität des Meisterbetriebs stets wieder. Das vielseitige Leistungsportfolio reicht vom Heizungsbau über Wärmepumpeninstallationen und Badmodernisierungen bis hin zu Renovierungen, Reparaturen und Wartungen. In Kooperation mit Partnerfirmen aus den Bereichen Elektrik und Fliesen gelingt den Experten ein reibungsloser Service aus einer Hand. Sowohl für Gewerbe als auch für Privatkunden. Das Familienunternehmen ist auf der Suche nach Verstärkung. Bewerbungen sind erwünscht. Josef und Andreas Nehmer in Höhenkirchen, Siegertsbrunn. Ihre Profis für Gas, Wasser und Heizung. Eine klare Empfehlung der Partnerhandwerker-Redaktion.